Anderen Menschen zu helfen? Jeder von uns hat dieses Bedürfnis. Aber heutzutage werden wir mit Informationen geradezu überschüttet. Die meisten Appelle und Botschaften gehen in diesem Informationsfluss oft verloren. Bei dem frenetischen Rhythmus unseres Lebens treten die Barmherzigkeit und Mitleid in den Hintergrund. Wir vergessen, sehen weg oder gehen gar nicht auf Menschen zu, denen wir helfen könnten. Aber was soll man tun? Wie kann man Menschen auf diejenigen aufmerksam machen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind? Wie macht man Wohltätigkeit attraktiv, so dass es Nutzen bringt und Spaß macht? Auf all diese Fragen gibt es nur eine definitive Antwort. Wer sich wohltätig engagiert, muss belohnt werden. Die Lösung wirkt auf den ersten Blick überraschend, dann spannend und letztendlich bringt es einer Vielzahl von hilfsbedürftigen Menschen eine echte Hilfe. Dabei gewinnen sowohl diejenigen, denen geholfen wird, als auch die, die Hilfe leisten. Diese innovative Idee hat sehr viel schnelle Anhänger gefunden. Bereits über 600.000 Teilnehmer des Wohltätigkeitsprogramms Whole World haben unsere gewohnte Sicht auf die Wohltätigkeit verändert. Stellen Sie sich vor, Sie helfen nur einmal den anderen und bekommen dann stets finanzielle Unterstützung von Menschen aus aller Welt. Es ist ein regelrechtes Rennen um Wohltätigkeit, das wir ins Leben gerufen haben und das rasch die ganze Welt für sich einnimmt. Das bedeutet, dass wir uns sehr bald vereinen werden und den beliebigen Herausforderungen rund um die Wohltätigkeit sehr schnell, erfolgreich, gemeinsam stellen können. Das Gute kommt zurück. Machen Sie mit!